Okay, wenn wir da vorne lang gehen, dann kommen wir in die nächste Ebene. Autsch. Da. Hm. Machst du! Ich hab nur gekonnt, ob man draußen irgendwo lang kommt. Nein. Geht hier weiter. Booy. Asoziale Scheiße. Ist das Geschützer? Ne. Dann müssen wir hier weiter. Oh nein! Tschüss. So. Ich glaub, das war hier die letzte Ebene. Gegner, Gegner hinter uns. Ja? Ja, er ist weg, er ist töten. Geht uns auf den Keks. Es kommt aber ein fetter Endgegner noch. Das war's nicht, ey. Ne, das... Ich will noch was Echsenreich... Echsen... Echsen... Genau, Echsenreichisches. Echsenreich? Ja. Ja. Oh... Heidewitzka! Jungs! Hast du denn jetzt gemacht? Das ist die neue Fähigkeit, die ich mitgemacht habe. Ja, meine Fähigkeit ist, mein Leben aufzuladen. Das ist geil. Ey, lass mir den ein über. Ey, du! Das war meine... Verdammtes Arsch, das war meiner. Ich hab die schon so runtergehauen. Ne, meine Mini-Claptop. Was kommt davon, Flash? Wenn du mir alles weggehst. Auch die Gegner. Und gleich schon wieder tot. Wo bist du? Ich bin doch hier. Oh, ich dachte, du wärst noch neben mir. Nein. Ich bewege mich immer noch so ein bisschen. Ja, das war blöd. Oh, ich hätte schon wieder Fähigkeit kurz reaktivieren. Ich bin doch immer so blöd. Mann! Wo ist er? Wer? Wo ist er? Nimm mich doch ans Target. Ja. Der Arschkeige. Ach, der ist... Ja, aber wie viel ist es, den zu killen? Hast du? Kaum schießt. Wenn wir weggehen können auch wieder. Klar, ich geh alles gern weg. Ja, ich merk das schon. Halla. Besonders wenn du den runterhaut und du den letzten Schuss machst, du Arsch. Der Weg geht nicht automatisch umsonst hoch. Das ist doch voll tödlich. Das ist doch voll die tödliche Falle hier. Ich geh einfach. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hab Kisten gegiert. Boah. Ja, und? Das heißt, du bist wieder zu weit vorgelaufen. Ach so ruhig. Einfach lang. Wow, wow, wow. Gegner. Was? Okay. Er kann alles haben. Er kann alles haben. Er kriegt alles aus dem Sack jetzt. Hier kannst du ab. Oh, lad bitte nach. Ja, ist klein. Oh. Ey, geh mal weg von meiner Fresse. Ich seh den nicht. Ist der runtergefallen? Der hab ich getötet. Der hat er wieder runtergefallen. Nein, ich musste meine Panzer. Guck mal, weiß die die lange nachlädt? Ach so ruhig. Laden, laden. Die hat minus 60% Nachladegeschwindigkeit. Wow, hier ist der Eingang. Ich spring rein. Okay. Hier rein? Ja, ich muss draufdrücken. Ach du Scheiße. Tja, voll. Ich kann hier an den Rand, lieber. Oh oh. Halt den Maul hin. Ey, da kommt doch irgendein Gegner. Kommt da auch. Da. Was. Ist. Das. Ein Mistgebot auf zwei Beinen. Was denkst du denn? Der Wachposten. Beteiliger der Kammer. Wie. Was. Oh nein, nicht so ne Hampelmann, oder? Oh, ich wollte dich grad anschießen. Also schön durch die Gegend hüpfen, ne? Warum? Einfach nur so. Alter, warum hat das? Alter. Ich glaub, man muss richtig in Bewegung bleiben bei dem Arsch. Aber der zieht uns an. Merkst. Hier kannst du meine Granate haben, du Arsch. Ah, Pisser. Aber wir haben viel Spaß mit dem Energie abzuziehen. Wow. Oh ey. Grad anvisieren, auf ihn schießen und schon kommt er angestürmt. What the fuck, hier kommen noch mehr Gegner, Alter. Hier kommen noch irgendwelche Zwischengegner, die er noch hat. Na ja, ne, das glaub ich grad nicht so wirklich. Ich glaub, aus irgendeinem Grund stehen aber diese komischen Türme jetzt hier. Ich muss denn irgendwie Energie runterziehen. Wow. Ja, belebt mich mal, weil... Ja. Scheiße. Deswegen konnte ich dich nicht wiederbeleben. Ey, kann man sich hier nicht irgendwie wiederbeleben? Nein. Ich muss gleich meine Waffen umstellen. Hä? Wo lebst du denn jetzt? Ich bin tot. Du Arsch. Ja, beleg mich wieder, wenn der einen Superschlag macht. Ja, Zentus. Wahrscheinlich. Flasher ins Maul. Wo spawnt man jetzt? Außerhalb der Kammer. Hm, außerhalb der Kammer, war ja klar. Inwie hab ich mir das schon gedacht. Ey, Finger weg. Oh, jetzt hat er ja alle Granaten. Ich such dir dein eigenes. Ich geh einfach rein wieder. Ah, ich guck mal, was ich für Waffen noch hab. Ich geh mal meine Eisdinger wieder raus. Da bräuch ich die Pistole nicht. Ähm. Der Granatenbärfer. Hm. Ich kann die Kleine noch nicht nutzen. Schön. Welche Sch... Nimm die mal mit Eichschaden. Ich hab mir nicht ein paar Granatenbärfer mehr. Ja, ich mach mal mehr Gesundheit. Das ist mir grad Rille. Ich fühl die Schockchance nicht. Und... Nein! Ich hab keine Munition. Ja. Warte mal. Was denn? Ich geh rein. Nein, noch nicht. Warte. Hier ist doch nichts. Nur kurz... Ich weiß gar nicht, welche Stelle waren das jetzt? Hier vorne. Da, da, da. Hier runter. Hier bei mir. Hier bei mir. Bei mir. Guckt auf die Karte. Guck, das ist genau vor mir. Aufzulegen. Oh, hier spawnen Gegner. Geil. War ja klar. Den nehm dich ja auch. Letzter vorher auf der Karte gucken können. Hier ist doch so Munition. So. Schlecht. Dann sterb mal. Na, weil ich so einen fetten Wächter hab. Okay. Du kannst mir jetzt mal 5 Meter näher kommen, damit ich dir Eichschaden zuführen kann und du sterben kannst, danke. War das Dächt da unten? Ey. Ich sag, guck auf die Karte. Das ist genau hier unten. Äh. Keine Übers. Aber es ist besser, wenn wir jetzt noch unsere Munition aufbeladen. Hallo. Als wir sind Raketen, die ich nicht hab. Na, jetzt hab ich was gekauft, was ich wieder nicht brauch. Schlecht. Ähm, jetzt heißt das wieder einmal im Kreis hochrennen, ne? Ja klar. Oder? Ach ne, wir haben hier so einen Schnellreisepunkt. Ja, aber das bringt doch, glaub ich, nichts. Kommst du da nicht rein? Ich weiß. Tschüss. Bist du sicher? Da verlierst du Geld durch, ne? Mir doch egal. Scheiße, ich bin hier unten gespawnt. Das siehst du. Gerade. Warte. Du Knusperflocke, du. Du Arschgeige. Das war fix hier rum. Es gibt doch nur 3100. Oh, Alter, warum hab ich denn schon wieder so wenig Leben? Wenn du schlecht bist. Herr, warte, wir gehen doch zu zweit. Nö. Dann stirbst du. Geh weiter. Vor allem, weil du hier jetzt gleich hochkommst. Deswegen. Du kommst hier sofort hoch. Okay. War einfach nur ne Vergewaltigung. Dass wir einmal im Kreis rennen mussten. Super, ey. Und den Scheiß aktivieren. Denkst du denn? Oh, jetzt wird das wieder so richtig langweilig mit dem Gegner. Hast du irgendwas mit Schock? Und tschüss. Bin drin. Oh, Junge. Weißt du? Warte. Geh noch nicht rein. Bist du nicht hinterher gekommen? Nö. Schade. Ich hab doch gesagt, warte. Naja. Ich hab noch Raketenweffer mit Schock, ja. Dann schieß den drauf. Ich glaub, das schaffen wir nicht. Ich nutze grad den Eis. Servus. Sag ja, man muss eigentlich in Bewegung bleiben. Klar, man muss in Bewegung bleiben. Ich find's geil, dass du den grad so weggezogen hast, wo ich grad meine Granaten hingeworfen hab. Alter. Tschüss. Tschüss. Bam. Hm. Tschüss. Tschüss. Tja.